Geraldus Cambrensis war Liesisch Gerald Simro, bekannter in der übersetzten Form seines lateinischen Namens Gerald von Wales, war ein cambronormannischer Adliger. Er war Archidiakon, zugleich aber auch Schriftsteller, Diplomat, Kirchenpolitiker, Historiker, Volksgündler und Dichter. Leben Er wurde auf Manubia Castle in Wales als Gerald Deberry geboren. Sein Vater war der anglo-normannische Adlige William Deberry, seine Mutter war ein Gerd. Eine Tochter der walisischen Prinzessin Nestferchreis und ihres Mannes Gerald of Windsor, dem Kastellan von Pembroke-Kassel. Als Neffe des Bischofs von St. Davids genoss Gerald eine religiöse Erziehung in Gloucester und entschloss sich früh, eine Kirchenlaufbahn einzuschlagen, deshalb begab sich zum Studium nach Paris. Erst im Jahr 1172 kehrte er vom Festland zurück und trat zunächst in die Dienste des Erzbischofs von Canterbury. Schließlich wurde er Archidiakon von Bregner. Er erhoffte sich, seinen Onkel David Fitzgerald im Amt zu beerben, doch seine Promotion zum Bischof von St. Davids schlug mehrfach fehl. Was ihn immer wieder veranlasste, war alles zu verlassen, ja sogar nach Rom zu reisen, um an Papst Innozenz III. zu appellieren. Trotz des genannten Rückschlags in der Karriere gab Gerald nicht auf, er wurde im Jahr 1184 Kaplan König Heinrichs II. von England und dazu aus erwählt, den Königssohn Johann Oneland auf eine kriegerische Expedition nach Irland zu begleiten. Diese Mission, die zwei volle Jahre bis 1186 dauerte, war der Ausgangspunkt seiner literarischen Karriere. Denn Gerald verfasste nun erste Reiseberichte mit lokalhistorischen Beschreibungen. Die Berichte wurden im Jahr 1188 als Topographia hibernica veröffentlicht. Da er seine Nützlichkeit unter Beweis gestellt hatte, wurde Gerald im Jahr 1188 dazu ausersehen, den Erzbischof von Canterbury, Baldwin von Exeter auf eine neuerliche Pastoralreise, nunmehr durch Wallis, zu begleiten. Diese Reise diente vornehmlich dazu, Teilnehmer für den dritten Kreuzzug anzuwerben. Sein Bericht über diese Reise, das Itinerarium Cambri aus dem Jahr 1191, wurde zu einem wertvollen historischen Dokument. Gerald vervollständigte sein Opus mit einem Bericht über König Heinrichs Eroberung von Irland. Als Kandidat des Wallisischen Adels bemühte sich Gerald 1198 erneut um den Episkopat von St. David wohl in der Absicht, ein Erzbischof zu errichten und damit die Unabhängigkeit von Canterbury zu erreichen. Ohne ausreichende Unterstützung aus dem Königshaus, fochte die für ihn ungünstige Entscheidung Hubert Walters des Erzbischofs von Canterbury. Wiederholt an, gab aber schließlich nach vergeblichem Appell an den Papst auf und verbrachte ab 1203 den Rest seines Lebens mit akademischen Studien, wobei er Werke zur frommen Unterweisung und zur Diplomatie hervorbrachte. In dieser Zeit versöhnte er sich sogar mit dem Königshaus, von dem er eine kleine Person erhielt. Nach 1216 verliert sich seine Spur. Gerald von Wallis verstarb 1223 in Lincoln. Werke Gerald von Wallis neigte zur anekdotischen Geschichtsschreibung, sodass der historiografische Wert seiner Schriften für heutige Maßstäbe etwas eingeschränkt bleibt. Seine Reiseberichte über Irland, die Expugnatio Hihi Bernier und die Topografia Hihi Bernier und die über seine walisische Heimat. Das Kripsche Cambrie und das Itinerarium Cambrie enthalten jedoch so viele lokalhistorische und folkloristische Details, dass sie für die Erforschung der britischen Alltagsgeschichte eine schier unerschöpfliche Fundgrube darstellen. Neben den genannten Hauptwerken verfasste Gerald auch autobiografische Arbeiten, Lebensbeschreibungen von bedeutsamen Kirchenmännern und Heiligen. Pastorale Schriften, Briefe, Gedichte, Lieder und Abhandlungen über das Kirchenrecht, Topografia Hibernica, Expugnatio Hibernica, Itinerarium Cambrie, Deskripsche Cambrie, De Instruction Principisch, De Rebus As Egestis, De Iurele Statumene Fensis Ecclesiae, Gemma Ecclesiasticae, Spekulum Ecclesiae, Symbolum Electorum, Invections, Retractations, Vita Sancti Hugonis Lindenses, Vita Galfredi Archipiscopi Ebracenses, Vita Sancti Ethelberti, Vita Sancti Remigii, Vita Sancti Davidii, Verloren, Durum Spekulum, Vita Sancti Caradosis, De Fidei Fructo Fideic Defectu Cambrie Mapa